Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen, sagt der Heizkörper Heutersdorf als frisch gemachter Meister. Ihr Heizkörper Heutersdorf spielt mit Folge der Mannschaft Mario Osert-Kildor. Ritter Nummer 2 Manuel Tobroni. Ritter Nummer 3 unser Kapitän Fabi Arax. Ritter Nummer 4 Alexander Ebner. Die Nummer 5 hat der Lede Netinovic. Sechs, Rogian Plaha. Ritter Nummer 7 Roland Feiner. Ritter Nummer 8 Manuel Wolfgang. Die Nummer 9 hat der Chef an Mainteufel. Und mit der Nummer 10 Christian Vogel. Und mit der Nummer 11 Hanson Sampiari. Der Satz von der Hütter ist der Felix Corchetta. Und der Zollspieler sind der Patrick Himmers, der Sascha Himmers, der Florian Stief und der Adem Hacker. Barcelona hat Puls, Enrique, Chelsea hat Jose Mourinho. Und wir haben auch unseren Supertrainer, René Klanina. Das Spiel wird die Leute von Markus Silowatz und an der Linie der einzigartige Heinze Mayer. Wir wünschen euch ein schönes Spiel und für uns wird es uns hier erfüllen. Dort gehört es 38 zu 9, bunte 61, Zielvorgabe 100. Aber wir haben einen Schwerfhänger. Der Estische Norden wird es uns nicht freut machen. Daher seid ihr Zuschauer gefordert. Und wir haben einen Schwerfhänger. Ganz schön. Und wir haben einen Plan. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.